Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Lianar, ich grüße dich. Du hast deine Arbeit begonnen. Etwas, was dich begeistert. Vielleicht ist sogar deine Berufung. Die Frage ist, bringt das Erfolg und Gewinn, wenn du das mit ihm gemeinsam machst, diese Tätigkeit, das klären wir bei dieser Legung. Habt ihr Erfolg? Die Antwort gibt hier diese Karte. Ihr werdet Unterstützung bekommen, auch von anderen. Er unterstützt dich auch dabei. Es steht alles in guten Sternen. Diese Karte zeigt auch Erfolg, ein guter Ausgang. Was ändert sich? Diese Tätigkeit ist mit Reisen verbunden. Mit diesem Reisen ändert sich etwas an dein Leben. Du stehst in einer völlig anderen Situation. Aber nimm das mit einer Selbstverständlichkeit. Und wie geht es weiter? Wie läuft dann eure Selbstständigkeit? Die Antwort zeigt hier dieses Bild. Und das ist mit Arbeit und mit Beschäftigung verbunden. Ihr werdet nie ohne Arbeit sein. Natürlich kann das manchmal zu viel sein oder anstrengend. Aber das bringt auch Gewinn und Erfolg. Ihr habt Arbeit. Und wo sollst du deine Kraft einsetzen? Die Antwort zeigt hier dieses Bild. Fortuna verteilt dir Glück. Das bedeutet, du bist im richtigen Weg. Das begeistert dich. So anstrengend wird es gar nicht. Oder er unterstützt dich dabei. Und damit hast du auch Glück. Was ich aber betonen möchte, das ist deine inneren Kraft. Sei davon überzeugt, dass alles gut geht, dass du Erfolg hast und auch Gewinn. Das ist auch Kraft, Überzeugungskraft. Und was bringt dir noch Vorteile? Das ist dieser Mann. Und von diesem Mann kommt die Unterstützung. Welche Einschränkungen habt ihr? Das zeigt hier dieses Bild. Eine Veränderung. Eine Veränderung als solches ist keine Einschränkung. Aber wenn ihr Angst habt vor einer Veränderung, dann ja. Weil die Angst schränkt ein. Angst blockiert. Also achte auf deinen Gefühlen. Und jetzt konkret auf deine Frage. Werdet ihr Erfolg haben? Die Antwort zeigt diese Karte in die Mitte. Unerhofftes Geld. Gewinn. Und zwar mehr, als ihr das überhaupt vorstellen könnt. Kann auch bedeuten, dass jemand investiert an euren Geschäft und es kommt unerwartet, plötzlich. Etwas, womit ihr gar nicht gerechnet habt. Natürlich kann das auch Gewinnchancen sein. Besonderes in Verbindung mit Fortuna. Ich befrage jetzt mein Pendel. Werdet ihr Erfolg haben? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr werdet Glück haben, ihr werdet Erfolg haben. Das ist natürlich nicht nur Glück, sondern das ist auch mit Arbeit verbunden. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das wird nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet das bleibt alles erstmal stehen. Das läuft alles so langsam voran. Es ist alles so zäh. Die Frage ist, werdet ihr Erfolg haben? Die Antwort ist ja, genauso wie die Bilder das auch zeigen. Liebe Liana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici.